hallo leute und willkommen zurück zu blatt omen 2 ja im letzten part sind wir ja bis hier hingekommen und versuchen wir uns gerade hier so ein bisschen an diesen rätsel was leichter war als ich dachte er hat natürlich wieder den sound umgestellt es gibt mir nämlich gerade so ein bisschen auf den nervt dass er jedes mal bei diesen zwischen sequenzen diesen sound umstellt jetzt wahrscheinlich wieder ok da waren wir ja auch schon auf der anderen seite das nervt so so jetzt sind wir hier unten sieh an unser gebieter hatte recht du lest erinnerst du dich an mich keinem ich weiß nicht was das gerade ist immerhin habe ich dir stets treu gedient eine der legionäre in einem vampir hier ein unbedeutender und nun war ja ein verräter sorry das war die falsche das vampire haben sich gegen ihre eigenen brüder gewandt das wurde ich jetzt nicht auf die falsche tasse gedrückt sie beschützen mich sie geben mir macht und wer könnte einen vampir besser töten als ein noch mächtigerer vampir die geschichte wird von sie gern geschrieben kein sie sind meine brüder das ist auch derjenige viele von uns haben die saraphanen getötet wie viele von uns hast du ihnen ausgeliefert wen interessieren die toten ich weine nicht um sie und ich werde auch um dich nicht weinen sieh dich um forst du bist du immer noch überzeugt von deinem sieg ein unbedeutender rückschlag unser gebieter weiß dass du hier bist einmal hat er dich schon geschlagen nun wird er dich begraben schade dass du das nicht mehr erleben wirst faustus denn zunächst begrabe ich dich ja das ist wieder so ein spezialkampf ja sorry ich wollte gerade nämlich sagen ich hab doch gesagt machen wir morgen nein tut mir leid er ist schon wieder abgestürzt muss ich gleich wieder schneiden bis gleich ich hoffe dass jetzt alles funktioniert ja das ist halt einer der boss gegner und jeder boss ist eigentlich eigentlich normalerweise immer auf eine spezielle weise zu erledigen jetzt muss ich gleich bloß mal gucken ich will euch auch mal den bärserker zeigen außer diese attacke die kann man nicht abwehren alter das gibt es nicht Und das war halt dieser Berserker Und das war Stufe 1 Okay, hat jetzt gar nichts gesagt Ich habe jedenfalls nichts gehört Ja, aber das hat uns so ziemlich die ganze Lebensenergie gekostet Und ich hoffe nicht Ich hoffe ja, dass ich Nicht Ja, aber wie ihr sehen könnt Ich komme kein 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 Ja, ich wollte gerade sagen Ich will jetzt bloß hoffen, dass ich nie wieder von ganz vorne starten muss Von Anfang des Levels Was du nicht berühren kannst Kannst du nicht töten Ja, und so ist es eigentlich am besten Na, halt mit dem Berserker zuschlagen Ja, und die zweite Stufe ist halt mit diesen komischen Ofen Öfen Ja, ich werde jetzt halt gucken Wenn das nicht in die 15 reinpasst In die 15 Minuten Dann muss ich halt Ja, mache ich ein Stück länger Aber Das werde ich euch schon reinpacken Ich komme kein Ich komme kein Ja, und das muss man halt denn so machen Jedes Mal, wenn er da oben auf die Öfen draufsteht Muss man sich halt Anschleichen In dem Sinne Aber halt auf seiner komischen Explosionsgedünse da Aufpassen Ja, und er ist halt nicht gegen Feuer immun, ne Er kann zwar springen wie ein Wilder, aber Ne, dieses Feuer ist ja nicht immun Kann man schon sehen Wie viel wir ihn schon abgezogen haben Ja, aber ich meine Das war nicht die letzte Stufe hier Das mit den Öfen Ich werde keins wertvolles Juwel zerstören Nu ist er Ich glaube zwar nicht, dass ich das hier Da jetzt irgendwas mit den Fury erledigen kann Also halt Berserker Nein, jetzt müssen wir den halt nur noch ausweichen Nein, das kann nicht sein Halt jedes Mal nur ausweichen Und ihn da halt sozusagen ins Leere springen lassen Und dann Ja, wo ist er? Ja, der lässt wieder ziemlich auf sich warten. Autsch. Ja, das mit den Öfen bringt jetzt auch gerade nichts. Wieso der gerade nicht kommt, weiß ich nicht. Oh, komm. Hm. Das kann nicht sein. Easy, 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 easy. Ah. Hm. Hey, das kann nicht sein. Oh, Mann. Ah. Unser Schwert hat er uns ja leider schon abgenommen, ne? Ja, nun komm schon. Das kann nicht sein. Das war es immer noch nicht. Doch. Na, ich wollte schon sagen, ja. Hey, wir haben es geschafft. Und so, wie Rasiel es gemacht hat, ne? Kriegen wir da durch den Heid auch neue Kräfte. Durch die Seele von diesen Verrätern sozusagen. So, und somit haben wir eine neue Gabe. Na, wie heißt er denn? Jump. Ja. Ich glaube, die brauchen wir jetzt auch. Um hier wieder rauszukommen. Hm. Joa, aber erstmal gucke ich mich nochmal wieder ein bisschen hier um. Irgendwie was versteckt ist. Ja, diese Fertigkeit, die können wir auch benutzen zum Angreifen. Ja, können dann halt Gegner damit anspringen. Und teilweise halt die etwas schwächeren Gegner können wir dann damit schon töten. No. Joa. Kann ich es euch ja mal zeigen. Ja. Dann kann man hier halt auswählen. Ähm. Und jetzt kann man sehr viel weiter springen dadurch. Näher. So. Ich würde jetzt gern noch mit euch halt zum nächsten Checkpoint gehen. Bevor ich das hier beende. Jetzt kann ich mir nicht hundertprozentig sicher gehen, dass es denn auch wirklich gespeichert ist. Aber ich glaube, hier kommt jetzt sowieso ein... Das Level ist nämlich zu Ende. Jetzt kommt ein neues. Gute Arbeit, Kain. Du hast dich im Schmugglerviertel sehr klug verhalten. Vielleicht hatte unser Anführer doch recht. Ah ja, der mysteriöse Anführer. Sagst du mir jetzt endlich, wer er ist? Sein Name ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es ist jedoch an der Zeit, dass du ihn triffst. Geh zum Heiligtum. Dort ist unser Hauptquartier. Unser Anführer erwartet dich bereits. Näher. Geh hier hin, geh dorthin. Wofür hältst du mich? Ich bin noch kein Laufbursche. Du bist noch kein General, Kain. Also spar dir deine Forderungen. Geh zum Heiligtum und warte dort auf mich. Ich habe Befehl, das Industrieviertel im Norden der Stadt zu erforschen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort erzähle ich dir, was ich entdeckt habe. Ich brauche Antworten, Mädchen. Ich will Lord Sarah fahren. Wir auch, Kain. Aber erst wenn du bereit bist und unsere Zeit gekommen ist. Du solltest dich davor hüten, mich zu unterschätzen. Das tue ich nicht. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich will dich nicht durch eine unüberlegte Tat verlieren. Na gut. Wo ist dieses Heiligtum? Geh zum Roten Raben. Sprich dort mit der Kellnerin. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Warum habe ich getan, was sie wollte? Und wieso habe ich ihr vertraut? Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber dieses Mal... Du hast mich heute wirklich beeindruckt, Kain. Wir werden bald wieder zusammenarbeiten und diese Plage aus unserem Land vertreiben. Ach ja. Na, hab doch mal gesehen, wie ich springen kann, wa? Hey, du da oben. Hast du das von Durden gehört? Was denn? Sie haben ihn letzte Nacht gefunden. Mit dem Gesicht in der Gosse. Tot? Mau sein Tod. Seit der ganze bisschen drei. Ich muss mal gucken, wo ist denn jetzt hier der nächste Speicherpunkt? Aber ich meine, er hatte schon gespeichert. Äh, ja. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, ich speichere jetzt hier mal. Kann ich ja gleich mal gucken. Ja. Ähm, das war es dann auch schon wieder für die nächsten zwei Wochen. Ich habe jetzt wieder die ganzen Folgen für zwei Wochen in eins aufgenommen, wie immer. Ja. Ihr habt es ja jetzt auch gesehen, die Blatt-Omen-Teile, die waren ja jetzt über zwei Wochen verteilt. Nicht mehr über eine. Na gut, Soul Reaver waren auch über zwei Wochen verteilt. Ja, gut. Äh, jetzt aber halt ein bisschen anders verteilt. Ja, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.